Und damit auch gleich wieder willkommen zurück. Schauen, passt, passt. Haha, hätte ich beinahe vergessen den Sound einzustellen. Schaut's an, deswegen guck ich da jetzt immer nach. Das ist ganz wichtig. So, müsste aber passen. Wir sind hier in diesem 1 gegen 1 gegen eine schwere KI, die ebenfalls, äh, äh, ich glaub Advent ist, ne? Mh, müsste sein. Hand, wie los, genau. Müsste Advent sein. Planetenentwicklung abgeschlossen. Sehr schön. Und bisher schaut's gut aus, würde ich sagen. Allerdings, jetzt wo ich mich so schnell ausbreite, werde ich meine Truppen aufstocken müssen. Ich werde irgendwie dafür sorgen müssen, weil da sammelt es, hier. äh, Gardist, Mutterschiff, Kreuzer-Dingsbums. Naja. Das ist halt gefährlich, ne? Ja, schon gefährlich. Da muss ich aufpassen. Ja, hoffentlich. So, wenn ich den Sucher zerstören könnte, wäre schön, aber der ist einfach zu schnell und weg, wie gesagt. So. Uh, wie schauen denn eigentlich hier die Schiffe aus? Ui, nein. Wiii. Das ist ein Bomber, oder? Ne, ein Jäger. Wie schauen denn die Bomber aus? Ist das ein Bomber? Ne, das ist ein Bomber. Wie schauen denn die Bomber aus? Jagddrohne? Bombadrohne. Da haben wir sie. Ah, hier. Ja, schaut cool aus. Ich mach doch, dass sie so einen blauen Schlieren hinter sich herziehen. Ui. Nur, dass sie die ganze Zeit fliegen. Ist halt übelst der Treibstoffverbrauch, aber ist, ist okay, whatever. So. Ähm. Ich sollte hier trotzdem zwei Verteidigungsbatterien hinstellen. Und noch zwei Drohnen-Dinger bauen. So, Dinger. Weil, wichtig, ich will ja hier nicht komplett zerbombt werden. Will ich nicht, ne? Ist klar. Da hab ich jetzt keine Lust zu. Ja. Die benötigen wir jetzt unbedingt. Jetzt vor allem. Ah, guck mal, der Sucher. Ha, zerstört. Nice. Nice, nice, nice. So, hier ist nur noch sein Sucher. Ich bleib auf diesem Planeten. Der Missionar, der geht zurück. Da ist er safe. Denk ich mal. Ja, wir haben ihn eingenommen. Ja, jetzt gibt's Krüschstolz. So. Mehr Credits werden benötigt. Ja, dann verkaufe wir doch immer. Gemeinsam sind wir stark. So, Piratenangriff. Das wird teuer. Da muss ich aufpassen. Das bringt mir mehr, wenn sie auf ihn gehen. Jetzt muss ich alles, nicht alles darauf setzen. Wenn ich zu viel darauf setze, ist das schlecht. Aber, na, da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, dass ich hier keinen Schwachsinn mache. Weil, am Anfang die Piraten abzuwehren, ist, ist fraglich. Obwohl, warte mal, die Piraten, warte mal, gesucht. Die sind ziemlich friedlich. Die greifen noch nicht so schwer an. Das kann man halt recht leicht verteidigen, würde ich sagen. Ich lass es jetzt. Das war dämlich. Okay, geb ich zu. Ich bin davon ausgegangen, noch vom letzten Spiel, dass die sehr stark angreifen. Ja, das... Wahrscheinlich hab ich mir das Geld zurückgegeben. Könnt's sein. Könnt's tatsächlich sein, ne? Weiß man nicht. So. Und das ist genau die Sache. Die kämpfen hier. Und das soll mir recht sein. Wenn sie den Planeten freiräumen und ich hol mir den dann, dann bin ich wirklich gut aufgestellt. Das sollte ich fast machen. Das sollte ich wirklich machen. Ich lass ihn kämpfen und dann hol ich... Und dann hol ich mir den Planeten selber. Das klingt nach einem sehr fiesen, aber wichtigen Plan, den ich durchführen sollte. Planetenentwicklung abgeschlossen. Das war sehr schnell. So. Gib mir noch ein bisschen mehr Geld für die zivile Infrastruktur. Mehr Credits werden benötigt. Weil dann habe ich die Unterentwicklungssteuer weg. Mehr Credits werden benötigt. So. Das ist wichtig. Ist es soweit? Ja. Was soll entdeckt werden? Wenn ich das nur wüsste. Das schaffen wir. Ich hoffe es. Was denken Sie? Keine Ahnung. Unsere Flotte ist eingetroffen. Gut. Hier sammeln wir uns jetzt. Ja. Gemeinsam sind wir stark. Wir folgen dem Ruf. So. Hier sind die Piraten jetzt. Hier sammeln sie sich. Und das ist keine sehr schlimme Flotte. Ne. Das ist. Ist es soweit? Ist es soweit? Wie sie wünschen. So. Die müssen abhauen. Und zwar schnell. Und dann sollte ich hier irgendwie. Konstruktion abgeschlossen. Zwei Strahlenbatterien bauen. Die halten mir zumindest den Feind ein bisschen vom Leib. Wenn die Piraten durchflutschen sollten. Was durchaus passieren kann. Planetenentwicklung abgeschlossen. Dann will ich da hier wenigstens ein bisschen Schutz haben. Ne. So. Was denken Sie? Den können wir noch zerstören. Ist es soweit? Die laufen dahin. Wir folgen dem Ruf. Und der Missionar. Wie aus einem Mund. Der haut nochmal ab. Wie aus einem Mund. Ist es soweit? So. Das wird die Flotte. Forschen. Was gibt es denn da noch? Tempel der Harmony. Das brauche ich schon. Hier. Mehr Metalle. Ich will da auch die Kristalle hoch machen. Aber das braucht noch ein bisschen. Und da brauche ich noch ein Tempel. Wiederbelebungschance. Konstruktion abgeschlossen. Interessant. Ja. Ne. 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 Die machen. Alter. Sucher. Der haut ab. Das ist in Ordnung. Aber. Die Musik von denen gefällt mir auch ganz gut. Oh ja. Sezer. Ich wusste es. Zum Glück baue ich die Strahlenbatterie. Wo ist die Strahlenbatterie gebaut? Oh ja. Öde. Der ist jetzt erst dran die Kristallextraktoren aufzubauen. Ja. Gute Nacht. Aber ich glaube nicht dass die sehr viel Schaden auf den Kristallextraktor drauf bauen. Also das dürfte. Es müsste passen vom Schaden. Allerdings muss ich jetzt leider hier. Entweder ich ignoriere die Piraten. Ich kann die Piraten ja ignorieren. Eben. Und hole mir stattdessen den Planeten hier. Vielleicht greifen die Piraten sogar hier den Typen an. Ich glaube es nicht. Aber. Ja schaut sich das an. Die Piraten helfen mir. Nice. Dann wird die Strahlenbatterie gebaut. Und dann. Ja das ist ja perfekt. So der muss jetzt abwenden. Genau. Da habe ich ja richtig Glück hier. Ja die verzupfen sich nämlich. Konstruktion abgeschlossen. Genau. Und sobald es kein Geld mehr gibt. Hau die wieder ab. Das ist. Das ist schon. Das lass mal. So. Tempel der Harmonie. Bauen wir auch noch ein. Und dann können wir das hier bauen. Die Extraktion. Für Metalle. Ach. Für Metalle. Ah. Kristalle. Die brauche ich. Die wollte ich. Selektive R&R. So. Da muss ich jetzt echt gucken was. Was passiert. Ähm. Aber die scheinen. Jetzt schießen sie. Ja. Die machen das hier kaputt. Schaut aber auch ziemlich nice aus. Die Strahlenbatterie. Ja gefällt mir. Gefällt mir. Jetzt ist bloß die Frage. Oh je. Wir sind ganz ohr. Verschwindet er ganz schnell wieder. Aber guckt sie hat nicht mehr viel. Allerdings hat er das Schiff auf Stufe 3. Genau wie ich meines. Nicht. Mist. Hm. Das ist genau. Das ist sein Vorteil. Der hat jetzt mehr. So. Jetzt schießt sie zurück. Hat schon Hüllenschaden genommen. Aber das passt schon. Ach cool. Warte. Das will ich mir genauer anschauen. Die bündeln ihre vier Strahlen und schießen dann irgendwo drauf. Ich glaube auf dieses Schiff. Ja. Es hält durch. Und wenn sie es kaputt machen ist das auch in Ordnung. Bauen wir noch eins. So. Also das könnte gern zerstören. Interessiert mich jetzt wenig. Wir freien den Ruf. So. Dahin. Dann dahin. Ich frage mich ob ich mir ein zweites Schlachtchef holen sollte. Na. Ich kann ja machen. Äh. Flottenkapazität. Aber ich weiß noch nicht ob ich das jetzt brauche. Das ist die ganz große Frage. Von dem her. Hm. Vielleicht lieber noch ein bisschen erst in Forschung gehen. Geld sammeln. Na. Vier Tempel der Harmonie. Also wirklich Geld. Ich will Geld. Weil. Also. Hier gibt es nicht viele Planeten. Ich glaube mit Handeln. Mache ich hier nicht so viel Kohle. Aber mit Kristallen kann ich kurzfristig schnell Kohle machen. Ist zumindest meine Einschätzung dieser Lage. So. Aber wenn sie das zerstören. Und dann sehen wir wie viel Geld sie dann machen. Von den 202. Wie viel dann weg geht. Das ist schon nervig. Aber. Das sehen wir jetzt gleich. Wenn die endlich mal springen würden. Die sind sehr langsam. Kann ich den Antrieb irgendwie pushen? Die Beute ist vollständig aufgemacht. Und jetzt. Jetzt hauen sie wieder ab. Sollten sie zumindest. Theoretisch. Zumindest dachte ich das wäre der Plan. Von den Piraten. Aber gut. Wird man sehen. Jetzt wieder ein Sucher. Was liegt vor uns? Das ist schlimm. Dass der Missionar schon zweimal hin und her gesprungen ist. Bevor die Leute hinspringen. Das ist echt schlimm. Wir verstehen. Wir verstehen. Aber da ist nichts mehr viel, oder? Was haben wir da? Ja, den Planet hat er jetzt eingenommen. Und den muss ich ihm wegnehmen. Ganz, ganz dringend. Konstruktion angeschlossen. So. Mehr Credits werden benötigt. Ja, ich sehe schon. Machen wir. Mehr Credits werden benötigt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Piraten hier weiterhin so drauf gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Muss ich mich halt später drum kümmern. Den Planeten. Schlimm ist halt, wenn sie die Kristallextaktoren zerstören. Mal schauen. So. Ja, und hier muss er fliehen. Er muss fliehen. Er kann nicht anders. Er muss abhauen. So ein seltsames Schiff muss fliehen. Schaut aus. Er schaut sehr seltsam aus, muss ich gestehen. Aber er muss abhauen. Und dadurch kann ich diesen Planeten bombardieren. Das wird dauern, aber das stört nicht. Und den hole ich mir. Sofern es mir vergönnt sein soll. Ja. Ja, jetzt haben wir sie aber, oder? Genau. So, der schaut sich hier das alles an. Nicht schlecht. Da hat es gerumst. Hauen die Piraten jetzt endlich ab. Nee. Dann lassen wir ihn mal die Montagedrone zerstören. Vielleicht hauen sie dann ab. Ich weiß es ja nicht genau. Ich dachte, die Piraten hauen ab, wenn es kein Geld mehr gibt. War immer meine, meine, ne. Was liegt vor uns? Meine Ansicht. Ja, der muss gehen, der, der, der muss abhauen. Schade für ihn, aber da hat er Pech gehabt. Was haben wir hier? Nur ein Sucher. Die machen nicht viel. So, noch ein Tempel der Feindseligkeit. Forschen, forschen, forschen. Nur nicht zu lange forschen. So, der Bombardier ist hier. Schaut sich das an. Er ist nur ein bisschen Bombardement. Nicht viel. Aber. Ist schon ein bisschen lang. Vielleicht sollte ich einen Bomber erforschen. Aber ich brauche so oder so. Mehr, mehr. Hier so Zeugs. Und das ist teuer. Das ist beides sehr teuer. Im Stand halt um 9%. Ah. Ja, ne, genau. Das sind die Kommandos. Aber ich brauche zeitgleich auch mehr davon. Es sei denn, ich würde ein paar Fregatten opfern. Das könnte ich mir auch überlegen. Jetzt schauen wir mal. Das kann ich forschen. So, das kostet nichts. Wie viele Kapazitäten braucht, lol, braucht denn so ein Schiff? 50 Versorgung. Und eine so eine Fregatte oder so eine Dingsbums braucht 4. 50, 40, oh, müsste ich ja 12 von denen. Ne, ich muss auf 9% Instandhaltungskosten gehen. Hilft nichts. Ist es soweit? So ist es nun mal. Wie aus einem Mund. Ja. Konstruktion abgeschlossen. Ah, doch, die Piraten, die machen hier. Die hören nicht auf. Die lassen es einfach nicht gut sein. Böse, böse Piraten. Ich baue jetzt mal hier noch nichts. Warten wir mal ab. So, Bevölkerung gibt es auf dem Planeten keine mehr. Ah ja, hier ist das Schiff zurück. Okay. Okay, dann müssen wir den Planeten, Bombardement müssen wir einstellen. Ich sollte... Oh, was haben wir hier denn? Kopfgelder. Größere Erfolg in Kopfgeldkosten. Okay. Beziehungsbonus. Forscherbündnis. Äh. Nein. Die Waffen ein bisschen pushen. Mehr Kredits werden benötigt. Das geht immer gut. Ja. Und was macht das hier? Bombardement-Schaden erhöhen. Oh, das ist auch nicht schlecht. Oh, der ist mit einer richtigen Flotte gekommen. Ich glaube, da muss ich mich zurückziehen. Was denken Sie? Die Anma sind unruhig. Ja, vor allem, weil er noch ein zweites Schiff hat. Die Unity spürt, dass ein Piratenüberfall unabwendbar ist. Da hau ich ab. Da muss ich jetzt leider abhauen. So wie das auch tut. Ja, die Piraten waren schon sehr nervig, ne? Vielleicht soll ich die Piraten auf ihn hetzen. Kostet mich zwar jetzt teuer, aber ich kann es nicht ändern. Das nervt mit den Piraten. Ja, dann erhöhen wir hier halt noch mehr. Die sollen ja alles zerstören, ist mir recht. Das schaffen wir. Der sollte ganz schnöse. Wie auf einem Mund. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ja, sollen sie da kämpfen. Und ich gehe jetzt hoch auf 9%. Ja. Das muss sein. Vielleicht sollte ich den Titan rushen. Ich weiß es nicht. Unsere Flotte ist eingetroffen. Ist schon teuer, aber theoretisch könnt ihr es mir leisten. Na, theoretisch? Könnte man sich das überlegen? Ob der wegkommt, ist halt die Frage. Das ist die große Frage. Das tut weh, wenn die mir hier alles zerstören. Deine Präsenz ist stark. Ja. Wissen erworben. Das ist immer gut. Wissen erworben. Die haben die ja alles kaputt. Das nervt. Wachsam. Okay, die Piraten werden langsam böse. Verstehe schon. So, also ich forsche jetzt hier. Egal wie lange das dauert. Es kostet... Ich brauche insgesamt 4 Tempel der Feindseligkeit. Und die sollte ich dann eigentlich in der Lage sein zu bauen. Erstmal aber heißt es schon wieder speichern. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumenrauf-Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.